Und weiter geht's. An sich muss das hier weiter gehen. Ja, da geht's aber halt nicht weiter. Ich bin mal im Tempel des Goldes drinnen, weil hier muss auch noch gequatscht werden. Hoher Besuch, Nyang Nyang. Ihr seid jetzt gerade im Pandemonium, oder? Ja. Ja, ich bin aber... Willkommen, Nyang Nyang. Blut für Blut. Wo bist du gerade? In diesem Goldtempel. In welche Richtung? Ähm, beim Marktplatz... Warte, ich komme raus. Äh, kalte Richtung. Hier gab's noch was zum Quatschen und ein bisschen Manni, Manni, Manni. Wo bist du gerade? Ich bin gerade im Marktplatz reingelaufen. Da, ich seh dich. Ja, jetzt mal in Gruppe einen, damit ich dich dann auch einmal an das sehe. Okay. Und hier drinnen war ich. Aber mir wird hier hinten eine Kiste angezeigt. Da geh ich mal ganz kurz hin. Ist aber nix. Wird dir die auch angezeigt, die blinkende Kiste? Mir wird hier angezeigt, dass es da weiter geht. Das ist hier drinnen, äh, im Tempel drinnen. Ich glaube, dann weiß ich auch, wie wir zu dem Ehen-Typen kommen. Wir müssen dann doch dort unten den Weg lang. Hm? Anders geht's ja dann, ne. So, warum? Blut für Blut. Okay, hier hab ich ein Lagerhaus. Wieder ein dunkler Tag. Mir wird auf der Karte auch angezeigt, dass der tiefer gelegen ist. Hm. Hast du hier schon gequatscht? Nein, weil ich hier noch nicht war. Dann mach das. So, dann muss ich... ...wenden rein. Ja, dann will ich dich. Dann kommen wir doch von der Brücke aus dort hin. Lass mich eben die noch völlig bequatschen. Das Vieh ist so geil. Das hat grad Seilhüpfen gemacht. Was? Jo, hab alle bequatscht. Äh, doch, mir wird hier drüber auch noch eine Kiste angezeigt. Ja, das ist das Lager. Ach so. Äh. Äh. Äh, ich hab keine Kiste bekommen. So, Schatzi. Wenn ich jetzt richtig liege, dann... Dann, dann... bekämpfen wir beide den Tyrox. Nein! Ich und Susi hab schon zusammen, also gegeneinander gekämpft. Ich hab schon mal... ... ... ... ... Dein Pain hat auch da so kleine Flügelchen. Echt? Das hab ich jetzt nie gesehen. Ja. Ich müsste mal weiter rausklauen. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja... ... ... ... ... Tatsache! Guck, da ist er. Hm. Okay. Okay, dann gibt's jetzt wieder ein kleines Video. Seid gegrüßt. Ich weiß das schon. Bis hierhin bin ich ja schon im zweiten Account. Okay. Dann einmal lösen. Ja. Warte, das ist der Neuzugang? Nun lässt man schon Banditen Ulgons aufsteigen. Ha! Jeder Tölpel mit einem Schwert will Deva sein. Ha! Das ist doch ein Witz. Ehemalige Banditen als Deva. Ihr habt euch eure Flügel wahrlich verdient. In Asfels Namen ernenne ich euch zum Deva. Von nun an kämpft ihr für das Wohlergehen und die glorreiche Zukunft Asmodees. So. Weißt, wir sind jetzt offiziell eine Deva. Eine Deva. Der sagt die ganze Deva. Hört sich an wie Diva. Ach, das wird auch genau so geschrieben, glaube ich. Ähm. Gibt's noch keinen Fall. Ja. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir Teleportstatuen. Oh no. Ich bin so lang. Zum. Mey. Montschöo. Zum. 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 שÖÄ. Zum. 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 warte mal, wo ist der Ausgang? Du leckst schon wieder wir müssten im di.. ne doch, wir müssten alle bestimmt die ist oben, die Statue wir werden noch auf Tyrox warten ähm, ja jaa hier weit bist du? da hat Donnerweiche bei dir ähm, ich bin jetzt grad bei der Höhle ok, dann können wir uns da noch ein bisschen in der Stadt umschauen mhm jaa, also so lange dauert das nicht na jaa ich würde interessieren, was das hier ist das ist ein Portal, wahrscheinlich klick mal an klick mal an wenn du weg bist, weiß ich, dass ich das nicht klicke wir werden's mit Sicherheit irgendwann noch klicken oder sollen oh der hat vorhin Seil hüpfen gemacht das war voll cool oww scheine, dass du dir so ein Tierchen hast du könntest es jetzt nochmal versuchen könnte ich machen dann lass uns da nochmal hinlaufen dann gehst du dort hin und ich stöber mal hier bis in den Shops rum Vielleicht gibt es da irgendwas Schönes für mich. Reliktarbeiter, spezielle Verbrauchsgüter, Ausrüstungsverzauberer, Gemischtwaren, Heil, Lebensmittelhandel für spezielle Verbrauchsgüter, Warenessensgewinnung, Essenzgewinnung. Verbesserungsoffizier, Magieverleiher, nee. Was? Ein Prophet? Oh Gott, wie kann ich... Hä? Nein, ich habe weder keine Bücher bekommen. Wirklich schweige dann, nein. Schade. Hätte mich gefreut für dich. Ich gucke gerade, ob hier irgendeiner ist, mit dem man irgendwas machen muss. Leckere Schokolade, besorge der gestressten Mutter, mal reine leckere Schokolade. Jaku... Jaku Merk. Leckere Schokolade, okay. Guck mal, ob man die irgendwo kaufen kann. Was ist das Essenzgewinnung? Spezielle Verbrauchsgüter. Was wünscht ihr? Äh... Nein, so viel Geld habe ich in die Zeit gegrüßt. Für die Schokolade, die wir alles essen. Ja, gut. Wünscht ihr etwas von mir? Rückkehrschriftrollen. Gehabt euch wohl. Schugo können immer helfen. Was sind Tränke? Ein Schugo riecht ein gutes Geschäft. Ausrüstungsverzauber. Herrlicher Tag, nicht wahr? Äh... Da muss ich erst was ablegen. Lebt wohl. Spezielle Verbrauchsgüter. Äh, gut, das ist ein guter Tag. Hey to game. Schreitet in Asfelsschaden. Nö, schade. Ich dachte, man könnte hier irgendwas kaufen für die... Herrlicher Tag, nicht wahr? Kannst du irgendwas verzaubern? Hm, nö. Also ich müsste halt erst was ablegen. Äh, ich habe mein Schwert abgelegt. Das kann ich lieber zaubern. Es ist ja auch Ausrüstung. Ja gut, Ausrüstung. Hm. Wenn ich jetzt, äh... meine Brust beispielsweise ab... Ne, kann ich auch nie. Die Brustflattung. Kommt jederzeit wieder. Hm. Aber hier kann man... Ausrüstungsaufstück bei diesem Gegenstand ist nie... Kann man auch nicht zu essen kaufen. Was haben wir denn noch? Das Kolosseum haben wir da hinten noch. Ja, wir müssten eigentlich zu dem Teleporter. Aber wir wollen ja noch... Ich könnte mit Nintz noch irgendein... Na gut, da vorne bei dem... Okay. Ja, da vorne ist der... Der Teleporter. Ja, da habe ich aber noch mal so ein blaues Reichen. Okay, dann komme ich einfach mal mit. Du-du-du-du-du-du-du-du. Ach, die Nini ist die, ach, bei der war ich ja schon. Hör mal auf, ich kann ihn wieder trainieren. Das ist so cool, das Ding. So, jetzt warten wir auf den Tyrox. Die Folge ist sowieso gerade zu Ende. Also, ja, bis gleich. Das ist so cool, das ist so cool. Das ist so cool, das ist so cool. Das ist so cool, das ist so cool. Vielen Dank.